Wir können sie stärker machen. Nein, 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 das passt schon. Übertreiben brauchen wir es wieder nicht. Ja, so passt es. Schau mich auch noch mal. Wirklich fesch. Ja. Nur die Haare sind eine Katastrophe. Ja, weiß ich nicht. Ich habe alles Geld nicht, dass ich mir eine neue kaufe. Na gut Schätzlein, ich muss viel Spaß beim Kleid kaufen. Danke, ich hoffe ich finde was passendes. Ja, na sicher. Und du möchtest sie morgen bei mir? Auf alle Fälle. Sofern das Wetter passt. Viel Spaß noch. Dankeschön. Tschüssi, Papa. Tschüssi, Papa. Tschüssi, Papa. Jetzt schaue ich auf die Meidlinger Hauptstraße, wie gesagt, und schaue, ob ich ein Kleid finde. Ein passendes. Frisch geschminkt zieht sie auch etliche Blicke auf sich. Die große Liebe lacht und Mond und Sternenschein. Schauen ist nicht verboten und so weiter, ja. Und von dem hier stört mich absolut nicht. Oh, Königin der Nacht. Die große Liebe lacht und darum gehen wir zwei. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar würde ich ein Sommerkleid suchen, wenn es geht knielang. Die Grundfarbe, so wie das pink ist, hätte ich gerne in weiß. Mit Blümchen drauf. Wissen Sie, so zartrosa und so vielleicht ein bisschen rot dabei. Haben Sie sowas? So, ich muss mal schauen, ja. Wenn es geht Rosenblümchen. Aber grundsätzlich, das wäre, ich würde andere Blümchen auch akzeptieren, ja. Aha. Schau mal. Ich schaue mal dann draußen, ja. Ja, in erster Linie. Haben Sie schon draußen geschaut? Ja, aber man ist wählerisch und ja. Wie ist das? Nur da muss was da unten zu ist. Ja schon, aber das ist nicht... Grundsätzlich, die Farbe wäre ja schön. Ja, ich stehe ja auf diese Farben. Pink und rosa. Nur... Bisschen Blümchen ist schwer. Das ist mir zu wenig eigentlich. Das ist wieder zu wenig. Ja. Okay, da finden wir jetzt keine. Okay, ich warte ein bisschen. Ich habe ein paar Tränen für Sie. Und dann hinten, gell. Na, schauen Sie mal nach. Schauen Sie mal nach. Ja. Okay, gut. Ja, ich habe was für Sie. So. Was sagt das dazu? Wahnsinn, ja. Das ist super. Ich meine, ich habe jetzt draußen geschaut und habe nichts gefunden. Ja. Aber das würde ich nehmen. Das heißt, dass eben die Blümchen da schaut und sexy ist auch. Probieren. Danke schön. Danke schön. Ja. Dann machen wir zu, ja. Dass man nicht alles so sieht. Haben Sie das öfter, haben Sie schon öfter so Männer gehabt, die Frauenkleider kaufen? Oder ist das so gut? Ja, schon. Ja, bei mir. Ja, bei mir. Ja, bei mir. Ja, bei mir. Schon hat er gekauft. Ja, wirklich super. Ja, toll. Sind die anders, die Kunden? Ja. So normal. Einfach die Publikum kommt auch. Die Männer kaufen die Damenkleidung. Schon habe ich Wichepa gehabt. Das ist ein Wahnsinn. Die Blümchen fühlen sich gut an. Sehr schön. Ja, schön klappt wirklich. Die Großen passen auch sehr gut. Ja. Ja. Die Großen passen super. Vielleicht eine Spur zu lang. Ja, aber das kann man sicher. Ja, das können Sie auch so machen. Wenn es eine Spur länger würde, bis in das so. Ja. Genau, genau. Dann geht es so perfekt. Genau so würde ich mir vorstellen, ja. Bei mir geht das, sieht man eh nicht. Zack, zack. Probieren. Passt soweit. Und was kostet es? Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch so. Wirklich. Ich will mehr kennenlernen. Danke vielmals. Ja. Ich habe sehr vieles, Rotte. Ich finde es so super. Die Herzen sind die besten Menschen, die es gibt. Wiedersehen. Baba. Danke. Eben. Bye. Und, bist du mit ihm gleich? Ja, Fallefälle. Wie gesagt, eine Spur zu lang. Aber das kann man ändern. Das ist nicht so tragisch. Und ich habe eine Freude mit der Fallefälle. Und werde es auch dementsprechend schnell anziehen. Also, tschickabum. Tschickabum.